Wie filmt man den Bildschirm eines Mobiltelefons am besten ab? Bei mir ist die Erfahrung die, dass es mit der Kamera immer ein bisschen schwierig ist und deshalb habe ich mir dann hier diesen DU Recorder die App aufgespielt. Die macht das recht vernünftig, hat auch im Google Play Store die beste Bewertung und man kann dann noch den Button aktivieren, dass man auch jeweils nachher im Video sieht, wo derjenige, der hier zum Video spricht, denn auch drauf gedrückt hat. Also es ist eine kostenlose App, man sieht sie hier, DU Recorder. Ursprünglich hatte ich es mit dem AZ Screen probiert, weil ich den bei einer Google Suche gefunden habe über chip.de, aber diese App die war relativ enttäuschend, weil die Qualität der Videos ziemlich schlecht gewesen ist. Also so schlecht, dass man sie überhaupt nicht verwenden konnte. Und mit so einer App, da kann man halt richtig einfach den Bildschirm abfilmen, um den Ton dann noch zu verbessern. Aber der Unterschied jetzt zwischen hier Headset und ohne Headset, der ist nicht so wahnsinnig groß, aber über das Headset ist der Ton für das Video dann schon viel besser. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja und das war es mit dem Tipp für dieses Video und bis zum nächsten Mal.